Mein Name ist Katja Weichert und ich bin Heilpraktikerin. Ich bin selber allergiker Kind und über meine damalige Kinderärztin meiner Kinder bin ich zur Homöopathie gekommen. Seitdem bin ich beschwerdefrei und es hat mich so überzeugt, dass ich der Meinung war, das muss ich selber erlernen, um das an andere Menschen weitergeben zu können. Die Menschen, die zu mir kommen, sind entweder Leute, die die Naturheilkunde bevorzugen oder es sind Menschen, die in der Schulmedizin als austherapiert gelten. Da haben wir zum Beispiel die Migräne oder Achillessehnenprobleme, die man ganz wunderbar mit der Sympathikustherapie behandeln kann. Die Leute behandle ich in dem Fall mit einer Art Triggertherapie, da muss man sich wie ein Stift ohne Mine vorstellen. Ich suche dann bestimmte Schmerzpunkte auf, die ich dann nochmal gezielt antrigger und so kann sich der sympathische Nerv entspannen und es zu einer deutlichen Linderung kommen in dem Fall. Am besten erreicht man mich über meine Webseite oder aber auch telefonisch und ich freue mich über jeden Kontakt und vereinbare gerne ein Vorgespräch.